Hallo, ich bin Kusi und wir suchen heute das Tier im 100,5 Revier und wir fangen an mit Fienchen. Fienchen ist ein Wellensittich, hoffe ich doch einfach mal. Und ich klinge jetzt mal hier bei Haus Nummer 24, wo Fienchen wohnt. Wann haben Sie das Verhalten bei Fienchen bemerkt? Wir haben Fienchen mit der Hand aufgezogen. Also sie kommt doch normalerweise auf Schulter und Kopf, fliegt durch die Küche. Und sobald sie Musik hörte, fing sie an zu hüpfen. Moment, Sie haben ja geschrieben. Ich zischiere. Sie liebt 100,5 und tanzt nur auf 100,5. Ja, läuft ja. Läuft, okay. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Live-Test. Wir schalten jetzt einfach mal um auf den anderen Kanal und schauen, ob Fienchen tanzt. Fienchen. Das stimmt, sie merkt, dass das Programm nicht mehr das Ihre ist, oder? Genau. Kannst du ja auch Out of the Dark von Falko? Glaube ich nicht. Hat sie gesagt, nee? Nee. Out of the dark. Wenn du die Stimme in mir hörst. Into the night. 立 ASHT out of the dark. bin 25 2 hij aus 숙